Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe euch allen geht's gut. Momentan traden wir bei ungefähr 16.800 US-Dollar. Wir befinden uns genau da, wo wir gestern im Endeffekt das Video gemacht haben. Trotzdem hat sich zwischenzeitlich einiges getan. Es wurden neue Trades getriggert. Wir haben das Golden Pocket erreicht. Wie es jetzt weitergeht, das besprechen wir jetzt auf jeden Fall im heutigen Video. Ansonsten bevor wir starten, lasst doch dem Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Gerne die Glocke aktivieren und natürlich in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoinen. Gut und damit würde ich sagen, starten wir jetzt auch durch. 16.800 US-Dollar. Wie gesagt, wir sind gestern hier ganz knapp ans Golden Pocket rangekommen. Also genau hier an die 16.570 US-Dollar Marke. Ich habe bewusst keinen Trade mehr aufgemacht. Ich habe ja gestern in der Signalgruppe, habe ich ja nochmal dazu geschrieben, bitte den Stop-Loss von unserem Long-Entry, den wir ja bei 16.6 gemacht haben, auf 16.490 runtersetzen. War bewusst der Grund, weil ich irgendwie die Sorge hatte, dass wir nur ans Golden Pocket kommen, damit unser Trade ausgestoppt wird und wir dann die Trendwende machen. Ist dann jetzt auch im Endeffekt passiert. Wir sind nach oben hin gepumpt. Wir haben keinen weiteren Take-Profit bei dem Long erreicht erst einmal. Trotzdem der Trade, den wir jetzt dann hatten bei 16.600 US-Dollar, wieder bitte auf Stop-Loss-Entry setzen. Habe ich auch gestern dann auch noch dazu in die Signalgruppe gepostet. Gut, also da jetzt wieder Stop-Loss-Entry. Wie geht es jetzt weiter? Wir haben jetzt hier erstmal eine kleine Ineffizienz gebildet. Die liegt bei ungefähr 16.660 US-Dollar. Man sieht es hier schön durch diesen Pump. Wir hatten davor aber auch einen größeren Abverkauf. Das heißt, es könnte sich ziemlich die Waage geben. Wir blicken jetzt ganz kurz auf den 15-Minuten-Charts mit den Vector-Candles. Auch mal ganz kurz, ob wir da unten eine haben. Und da haben wir nämlich auch eine. Auch eben bei diesen 16.660 US-Dollar. Also es wäre schon meines Erachtens ganz gut, wenn wir die wieder füllen oder sogar doch noch ein bisschen tiefer gehen. Denn wir haben weiterhin bei 16.490 US-Dollar auch noch eine Vector-Candle. Das ist aber dann die zweite Long-Order, die noch offen ist bei uns in der Gruppe. Haben wir auch darüber gesprochen, 16.490, wo der Vector liegt. Würde ich dann gerne eine neue Long-Position aufmachen. Weil sollten wir jetzt wirklich hier nochmal runterkommen in diesem Bereich, denke ich, werden wir relativ flott nach unten hindurch brechen und dann nicht mehr das Golden Pocket halten können. Deswegen auch weiterhin die andere Long-Order, weiter als Limit-Order. Die andere bei 16.660, die bereits offen ist, jetzt wirklich auf Stop-Loss-Entry und erst einmal nichts mehr machen. Wir gucken jetzt gleich nochmal dazu, wie das vom FIP-Level her aussieht. Weil wenn wir jetzt einfach, ich sage jetzt mal vom jetzigen Hoch ausgehen und uns einfach das FIP-Level ziehen, sehen wir auch, okay, das jetzige Golden Pocket von dieser Aufwärtsbewegung liegt nämlich auch genau da, wo der Vector ist. Also bricht hier die Zone, wird es wahrscheinlich sehr, sehr schnell Richtung 16.490 US-Dollar gehen, wo eben dieser Vector liegt. Also darauf müssen wir achten. Deswegen lasse ich jetzt auch den Stop-Loss-Entry kein Risiko mehr und wir lassen das Ding laufen. Andererseits haben wir ja gestern auch im Livestream, vielen, vielen Dank gestern auch für alle, die nochmal da waren. Ich habe auch ein paar Sachen gesagt, was jetzt dann nächstes Jahr ansteht. Aber keine Sorge, da wird später noch was kommen. Und andererseits sollten wir es hier jetzt wirklich mal schaffen, über diese 17.000 US-Dollar wirklich einen Schlusskurs zu setzen. Kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass wir sogar die 17.2, wenn nicht sogar die 17.6 erreichen könnten. Warum die 17.6? Hat einfach den Aspekt, auch hier ziehen wir mal ganz kurz das Golden Pocket von unserem High zu unserem jetzigen Low. Da seht ihr auch, okay, hier oben das Golden Pocket passt sehr, sehr gut mit der Ineffizienz von unserer ganzen Abwärtsbewegung. Also das bitte einfach mal im Blick behalten. Der zweite Take-Profit wäre dann hier oben wieder bei 17.000 US-Dollar. Der dritte würde ich dann so in die Region zwischen 17.300 und 17.400 US-Dollar legen. Da werde ich aber dann auch nochmal Updates dazu geben. Momentan gilt es jetzt erst einmal, entweder wir stabilisieren uns hier. Vom RSI haben wir auf jeden Fall noch die Luft, zumindest hier im Bereich um 17.270 US-Dollar, wo die Ineffizienz liegt, zu erreichen. Ansonsten kurzfristig, wie gesagt, Golden Pocket im Blick behalten, 16.600 US-Dollar. Das sind so die Zonen, die wir jetzt erst einmal halten müssen. Da kam sehr viel Volumen rein hier in diese Candle, haben wir auch gesehen, aufgrund der Rektor-Candle in 15-Minuten-Chart. Also da gilt es jetzt erst einmal aufzupassen. Bricht das Golden Pocket, wie gesagt, sind die 16.490 US-Dollar der nächste Anker, wo auch unsere nächste Long-Position wartet. Außerdem weiterhin natürlich die Short-Position läuft noch, die wir bei 16.970 US-Dollar aufgemacht haben. Daran habe ich auch nichts mehr geändert. Es wurde Take-Profit 3 erreicht hier unten bei den 16.000... Ne, warte, ist gelogen. Es wurden zwei Take-Profits erreicht. Der dritte liegt hier unten, wo der Vektor ist. Hat bewusst den Grund gehabt. Also die läuft auch weiterhin unverändert. Da machen wir auch erst einmal nichts. Und weitere Trades sollten jetzt, glaube ich, erst einmal nicht laufen. Das ist jetzt erst einmal so der Weg. Wichtig, um 14.30 Uhr kommen noch wichtige Daten, und zwar die PCA-Kernrate bei 4,7%. Wir schauen uns das mal ganz kurz nochmal an. Hier, Live-Prognose liegt bei 5%. Da müssen wir auf... Ne, Prognose liegt bei 4,7. Ist hier oben falsch angezeigt. Okay. Liegt bei 4,7%. Also da müssen wir nochmal drauf achten, wie sich das ausgibt. Sollte die besser sein als erwartet, ist es wiederum gut für uns. Sollte die schlechter sein, also das heißt, PCA-Kernrate geht hoch, und wir hatten es ja schon in Europa, dass die PCA-Kernrate ein bisschen höher gegangen ist, dann sieht es schlecht für die Märkte aus, und wir können wahrscheinlich mit einem Damm brechen. Also das sind ganz, ganz wichtige Daten um 14.30 Uhr, die wir uns auf jeden Fall nochmal angucken können. Persönlicher Konsum und sowas sollten wir mal im Blick behalten. Also da kommt heute schon nochmal einiges auf uns zu, so kurz vor Weihnachten. Aber gut, das sollten wir relativ gut überstehen. Also 14.30 Uhr, sehr, sehr wichtiger Termin für uns. Gut, soviel zu Bitcoin. Blicken wir auf Ethereum, auch Ethereum. Da ärgere ich mich gestern. Also da könnte ich mir wieder komplett den Arsch beißen. Habe ich ja auch gestern ein Setup gepostet. Es ist bei manchen getriggert, so wie ich es gehört habe. Also, was war der Grund für das Setup? Wir haben ja gesprochen, die 17.000, äh, nicht 17.000, 1182. Da war die Trigger-Order. Wir sind bis auf 1180 runtergegangen. Betonung liegt bei Bybit. Bei Binance glaube ich auch, soviel ich gesehen habe. Und da ist eben das Problem. Ich trade bei BingX, die Order wurde um einen Dollar nicht abgeholt. Ich habe aber trotzdem, ähm, das ganze Setup drin gelassen. Hat einfach den Aspekt, ähm, warte mal, ich zeige euch das nochmal ganz kurz. Wo habe ich es geschrieben? Da Ethereum Long, Entry wegen dem Golden Pocket und dem Vektor. Stop Loss war unter dem Low ADR und der Psy-Range. Und der Take Profit 1, 1195 wurde erreicht. Das habe ich dann auch da reingeschrieben. Bei manchen wurde es getriggert. Deswegen Stop Loss, Entry. Und, äh, damit ist auch das Setup abgeschlossen. Nur für alle neun. Und, äh, Take Profit 2 wurde auch erreicht. Den haben wir dann hier oben, ähm, bei 1.217 genommen. Weil das einfach so eine wichtige Marke ist. Und deswegen, das Setup ist, äh, erst einmal durch. Es wurde getriggert bei vielen. Und jetzt müssen wir weiterschauen. Und, ja, das hat mich halt, wie gesagt, ein bisschen geärgert. Aber gut, man kann nicht jeden Trade mitnehmen. Und vor allem das, ja, das ist sowas ärgert mich halt, wenn es um einen Dollar nicht, ne. Aber gut, wir haben auch hier am Golden Pocket Support gefunden. Gutes Zeichen. Haben jetzt dann erstmal zwei Wellen bekommen. Wichtig wären wir jetzt hier. Also wir haben jetzt das erste Mal einen guten Stunden-Close gekriegt. Wir sind endlich mal über diese 1.218. Mit einem Stunden-Close drüber. Volumen lässt jetzt langsam nach. Mir wäre persönlich eigentlich noch wichtig, dass wir hier oben nochmal dieses Hoch abfischen zumindest. Und dann zumindest die Reise hier in Richtung 1.254, 1.257 vielleicht noch hochkriegen. Das ist auch so momentan eher so mein Bereich, wo ich sagen würde, okay, hier würde ich die nächste Short Order dann reinsetzen. Und wäre auch der Take-Profit. Also Take-Profit 3 bei 1.250 US-Dollar, wer den Ethereum Long noch offen hat. Also Ethereum müssen wir auch mal gucken. Auch hier natürlich dieser krasse Impuls nach oben hin. Wenn wir uns das jetzt hier wiederum mit dem Golden Pocket angucken, können wir uns das auch mal ganz kurz hier wieder ein bisschen vergleichen. Von unserem Low zu unserem High. Huch, ne, das war falsch. Manchmal hat er irgendwie Probleme, wenn man FIP über FIP lebt. Ist mir schon aufgefallen. So, von unserem Low zu unserem High. So, sehen wir auch, okay. 1.202 bis ungefähr 1.200 US-Dollar. Dicke, dicke Candle. Wir gucken jetzt gleich auch nochmal, ob wir hier eine Vector Candle haben und die haben wir hier auch. Also da wird es dann schon Richtung 1.195 US-Dollar gehen. Ich würde hier auf jeden Fall einen Stop-Loss Entry machen. Würde jetzt hier aber auch nicht mehr einen neuen Trade aufmachen. Ist einfach das Risiko ist mir einfach so hoch, dass wir durchs Golden Pocket fallen, den Vector hier holen. Und dann doch nochmal die Reise hier runter in den Bereich der 1.140 US-Dollar machen. Also wie gesagt, macht einen Stop-Loss Entry. Nehmt eure Profite. Genießt es jetzt einfach. Neue Entries tue ich mir ehrlich gesagt vor allem Long jetzt übers Weihnachtswochenende extrem, extrem schwer. Wir schauen uns das jetzt einfach mal in Ruhe an. Short ist für mich eher hier oben die Region dann bei den ungefähr 1.250, 1.257 irgendwo in dieser Region. Mit einem Stop-Loss auf jeden Fall in der Region von 1.286. Wegen dieser 1-Stunden-Supply. Da müsste auch noch eine 4-Stunden-Supply sein. Und wir schauen nochmal von der ganzen Bewegung her, ob da oben auch noch irgendwas liegt, was ziemlich viel Confluence bringt. Da sehen wir auch, okay, das Golden Pocket liegt hier eben auch bei den 1.274 US-Dollar. Also es würde alles so ungefähr zu Bitcoin auch passen. Müssen wir auf jeden Fall im Blick behalten und jetzt nichts mehr überstürzen. Setups sind wie gesagt alle in der Gruppe angepinnt. Und könnt ihr auch gerne nochmal schauen. Ansonsten halte ich euch natürlich auf den Laufenden. Gut, dann wie gesagt 14.30 Uhr. Ein bisschen Acht nehmen wegen der PCI-Kernrate. Wir schauen uns noch ganz kurz die News an. Hacker stehlen in 5 Milliarden, in 5 Jahren. Milliardenbeträge in Kryptowährungen. Ist auch so ein Thema, was momentan sehr, sehr wichtig ist. Vor allem auf Telegram geht viel Hacker-Kram rum. Also vor allem so mit Sprachnachrichten. Bitte hier klicken und so. Nicht einfach anklicken. Also da auch extrem, extrem aufpassen. Mal von mir die Warnung. Und ja, lest euch den Artikel gerne durch. Müsste schon in der Telegram-Gruppe drin sein. Ansonsten kommt später noch XRP und Polkadot. Sehr wahrscheinlich. Als Video werde ich so, keine Ahnung, 11, 12 raushauen. Ja, und das war es dann, glaube ich, für den heutigen Tag erstmal. Ja, genau. Dann gerne ein Like da lassen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe kommen. Das war es von mir. Wir hören uns dann auf jeden Fall später nochmal. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao. Und stay crypto. Bis zum nächsten Mal.